Hallo ihr Lieben, also bevor ihr uns jetzt die Bude komplett zerlegt, wir haben noch einen zweiten musikalischen Glückskeks für euch. Nehmt Platz, entspannt euch und viel Spaß. Nehmt Platz, entspannt euch, entspannt euch, entspannt euch. Okay, komm, 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 komm. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, die haben das tierisch genossen. Das hat man denen auch angemerkt, wie sehr die das genießen, mit ihrer Schadenfreude und ihrer bekloppte Nummer zu spielen. Die sind so wie so eine Kombi-Impfung, weißt du? So Mumps, Masern, Röten, BAM! Kommen die aus dem Kühlschrank raus? Kann das sein? Oder habt ihr das geträumt? Ich hab auch Angst, dass wenn ich heute Abend schlafen gehe, dass die dann unter dem Bett liegen und singen. Texas Girls, Texas Girls, come check! Texas Girls, Texas Girls, tell me where you are! Oh, krass! Oh, 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 oh! Won't you marry me? Hey! Won't you marry me? Hey, come on up! Won't you marry me? Ah, ihr seid so toll! Yes! Die kamen aus dem Kühlschrank raus und sind durch so eine Drehfand. Check mal schnell, ob die anderen Regale sich auch umdrehen lassen. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass ich über Bastian Pastewka oder Anka Engelke nicht gelacht hab. Ich hoffe, dass ich überhaupt noch lachen kann. Few Moments Later Unterschied Horst vor einem Flugzeug czasen Te频 vä Jugend Ich bin froh, dass ich die Melodie vergessen habe inzwischen.